Hey Girls, ist ihr? Ich bin ihr? Nach Nollias Natur! Hallo! Hi! Wir zeigen euch heute, wie ihr euch DIY-Haar-Bänder machen könnt, denn die sind ja voll im Trend und vor allem für den Sommer perfekt. Und wir wünschen euch echt viel Spaß dabei. In diesem Video zeigen wir euch speziell, wie man Haarkränze macht. Das heißt, wir brauchen dafür einmal Draht, Kreppband und entweder frische Blumen oder einfach pünzliche Blumen. Je nachdem, was ihr gerade zur Hand habt. Speziell für unseren Kranz habe ich jetzt einmal Blumenkrepp geholt. Das bekommt ihr entweder in jedem Blumenladen oder in jedem Bastelladen. Das wird uns nachher einfach helfen, die Stille etwas griffiger zu machen. Des Weiteren habe ich noch 0,5 mm Draht. Ich habe es jetzt in so einer etwas lila angehauchten Farbe, weil ich finde, dass sie sich besser jeder Haarfarbe anpasst. Ihr könnt aber natürlich speziell für eure Haarfarbe entweder einen dunklen oder hellen Draht wählen. Das müsst ihr natürlich schauen, wie es für euch am besten passt. Da ihr mit Draht arbeiten werdet, wäre es natürlich besser, eine Zange zu nehmen. Da mein Draht aber sehr dünn ist, reicht für mich auch eine Schere. Und damit werde ich dann auch meine künstlichen Blumen schneiden. Da der Kranz so natürlich wie möglich aussehen sollte, habe ich hier drei verschiedene Blumenarten gewählt. Ich habe einmal so einen Kraut, was das Ganze so ein bisschen mehr nach Garten aussehen lassen soll. Und ich habe hier schöne weiße Blumen und ein bisschen Farbe. Der kleine Trick wäre natürlich, wenn ihr schon ein spezifisches Outfit habt, dass ihr einfach die Blumen nach der Farbe eures Kleides wählt. Das wird dann auf jeden Fall eine sehr gute Kombination. Bei dem Ganzen gibt es einen Unterdraht und einen Oberdraht. Und ich fange zuerst mal mit dem Unterdraht. Und der ist genauso lang wie der Kopfumfang erstmal. Beziehungsweise ihr macht zu jeder Seite ungefähr zwei Zentimeter mehr dazu. Und das messe ich jetzt mal kurz bei dir ab. Also ich drehe das. Ja, das könnte ungefähr hinkommen. Dann schneiden wir das ab. Jetzt haben wir unseren Draht und jetzt machen wir für den Oberdraht, machen wir genau das Doppelte von dem hier. Da wickeln wir nachher nämlich die Blumen dran drin. Okay, dann kann ich mir das hier einfach nehmen und verdoppel das einfach. Und nochmal das Ganze. Und wieder abschneiden. Und jetzt habe ich einen langen Draht sozusagen und einen kürzeren. Und mit den beiden arbeiten wir jetzt weiter. Und dann geht es damit weiter, dass ihr euch eure Blumen nehmt. Und dann macht ihr das am besten so, dass ihr ungefähr drei bis vier Zentimeter vom Stiel entfernt abschneidet. Und bitte mal so. So. Bis zum nächsten Mal. Ihr fangt jetzt also an, eure gekröppten Blüten auf den kürzeren Draht zu legen und mit dem zweiten Draht, der ja doppelt so lang ist, fangt ihr dann an, die Stiele an dem Draht zu befestigen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und da der Draht ja jetzt leider hier ein bisschen zu Ende gegangen ist, wie man hier sieht, hier ist das Kopfstück und hier ist das, was ich vorhin doppelt genommen habe. Deshalb nehme ich mir jetzt einfach noch ein bisschen Draht und das ist auch gar kein Problem, das kann immer passieren, weil jeder das so ein bisschen anders wickelt, eine andere Technik hat. Dann macht ihr euch einfach noch ein bisschen was ab und wickelt den anderen Draht zu Ende und legt den neuen dann einfach an. So, also der Kranz sieht bis jetzt schon so aus, also er ist noch nicht geschlossen und wir probieren jetzt mal an, wie der passt, also wie weit wir noch machen müssen. Kannst du mal drehen. Also wir sehen, hier ist jetzt noch so ein Stück übrig und genau, das verbinden wir jetzt noch. Wir sind jetzt am Ende angekommen und jetzt will ich dafür sorgen, dass die Enden gut zusammenpassen und dass das Ganze auch richtig gut hält. Ich habe jetzt hier also noch Endstücke vom Draht und ich werde sie hier einmal so hinlegen und schauen, ob die Verbindung gut zusammenpasst, ob eben die Übergänge flüssig sind. Und dann werde ich den Draht einfach miteinander verbinden und jetzt an die restlichen Ecken einfach so drumherum wickeln. So, unser Kranz ist jetzt soweit fertig und wir haben ihn jetzt verbunden und jetzt ist das ein schöner Kreis und ich werde ihn jetzt mal aufsetzen. Das sieht auch einfach süß aus. Das sieht einfach mega schön aus. Ich glaube, ich finde, die Farbe passt einfach mega gut zu den Haaren. Ja? Ja. Richtig schön. Genau, sagt uns mal, wie ihr das Haar anfindet. Also ich finde es mega schön geworden. Ich bin voll fröhlich gerade. Sehr schön. Also ich finde, der Kranz ist uns super gelungen und es geht wirklich ganz einfach, wenn ihr wirklich ein paar Handgriffe übt, dann geht es auch schnell und ist super individuell zu gestalten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar Haarkränze, oder? Geht, glaube ich auch. Kann man übrigens auch super verschenken. Genau. Wirklich schön. Also als Blumenmädchen für eine Hochzeit. Ansonsten findet ihr unten jetzt noch zwei andere Videos von uns und wir sehen uns dann in irgendeinem nächsten Video wieder. Und bis dann. Tschüss. Wow. Wow.